Und was wird morgen? Guten Morgen. So, jetzt ich formier die Bilder. Ja, ich guck doch nur zu. Chill. Ja, okay, du darfst es machen. Hi, Erik. Ich wollte fragen, was habt ihr in den Noten, in Wolf und Musik? Na, ich hab jetzt, ich hab deutsch nicht gefragt und können wir bei Musik auch nachfragen? Nö, wir haben uns einfach geschickt. Ja, ich hab drei. Also beides drei. Note auf dem Zeugnis drei und Arbeit drei. Und wo gab's? Da hab ich auch nicht noch nicht gefragt. Möchte ich heute Abend eigentlich noch schreiben oder morgen früh? Ja, ich hab immer in Musik beides zwei. Okay. Ja, Junge, in Musik bist du aber auch gefühlt sein Lieblingsschüler. Ja, immer noch meine Lieblingsschüler und ich kann einfach alles, weil es so easy ist. Ja, wer los ist neu? Ja, ähm, in Deutsch hab ich noch mal zwei gelegt. So, wann informieren die sich denn? Ich hab den beiden jetzt Brot gedroppt. In Deutsch hast du was? Ich wollt mal kurz nicht sagen. Was hast du in Deutsch? Was? Sag mal kurz, was du in Deutsch hast. Zwei. Achso, zwei. Ich dachte, ich hab gerade drei verstanden. Nee, also ich hab noch nicht nachgefragt. Ich kann es euch wahrscheinlich morgen sagen. Okay. Ja, ich kann morgen wieder machen. Dann schreibe ich noch eben an Frau Laubs. Ja, ich schreibe gleich auch noch an Frau Laubs und ich mache in Mathe noch die B-Aufgabe. Ich hab Zombie-Dop-Bewohner. Nice. Aber die sind in unserer Farm. Nicht so nice. Nice. Nicht so nice. Ja, okay. Ich muss es gleich wahrscheinlich ausmachen. Ah, okay. Ja, also... Ja, kann man machen. Nice. Kann man aus Bambus Sticks machen? Nee, noch. Doch. Ja? Nice. Ja, kann man. Wie geht das? Einfach verkraften. Aus Prinzip müsstest du jetzt eigentlich über Nacht hier AFK rumstehen, Kappa. Damit die Farm weiterlaufen. Ja, gut. Dann mache ich, glaube ich, für heute auch Schluss. Und ja, das war jetzt sehr kurz. Deswegen machen wir eigentlich noch ein bisschen weiter. Ja, komm, wir machen noch ein bisschen weiter. 3 Minuten reicht mir nicht. Sensen? Aber pflanze wieder Bambus neu an, Jakob. Ja, klar. Nur, dass es einfach ist, den so abzuirten. Ja, ja. Das wird, wie gesagt, schon die Creeper-Farm. Die Zombie-Farm funktioniert richtig gut. Also, ich bin einfach nur hyped auf die Creeper-Farm, weil da werden wir so viele Raketen rauskriegen. Ja. Ich rechne mit 20. Ja komm, du musst dir halt überlegen, im Idealfall, während da pro Stunde 28.000 Raketen rauskriegen. Nein, nicht 28.000, bisschen weniger, weil wir nur 19 in den Taschen haben. Ich habe keinen Zuckerraum. Also, wir haben ja nur 19 in den Taschen und das ist auch nicht der Idealfall. Ja gut, dann, also im Idealfall das halt eben, aber sonst kommen da jetzt keine Ahnung, wie viel bei uns rauskommen wird, aber bei uns wird auch ordentlich was rauskommen. Ich rechne so mit 15.000. 15.000 die Stunde, Alter. Zumindest, ich hoffe ich mir das. Ja, das müssen wir auch jetzt. Aber dann können wir uns auch alle Flugdauer zwei Raketen gönnen. Ah, und ihr habt, ihr habt nicht irgendwie den random clickspeed hochgestellt. Nein. Deswegen wächst der Bambus ja auch so gut wie instant an. Ja, das hängt dann zusammen, dass Bambus einfach sauschnell wächst. Ja. Ja, das ist wirklich so. Ey, soll ich ein bisschen übertragen machen? Aber, ne, brauchst du nicht. Ich glaub dir. Doch. Hier, guck. Ja. Ja, stimmt. Warum ist es wirklich so schnell? Warte mal ganz kurz, heißt du gerade Netherite Pickaxe? Ich? Ja. Ja. Alter. Ich bin im Prinzip schon voll Netherite. Aber du ziehst es nicht an, ne? Ich hab mir das voll Netherite noch nicht gecraftet. Ich hab nur die Netherite-Bank und die Rüstung schon. Okay. Ich muss dann grad gucken. Gut. Ja, das war's denn für heute. Dann können wir ja morgen irgendwie weitermachen. Was ist für morgen der Plan? Morgen Creeper Farm fertigstellen? Genau. Äh, Linus, für wie viel kann ich dir deinen grauen Papagei abkaufen? Ähm. Weil der sieht genauso aus wie mein Vogel. Ich kann ja auch einen besorgen meinetwegen. Ja, aber der muss die Farbe haben. Also ich möchte schon einen wirklich in der Farbe haben. Das ist halt schon echt schwer. Ja. Ja, kann ich machen. Ja, gut. Ich, wie viel willst du bezahlen haben? Äh, ich guck wie lange es dauert, okay? Ja, okay. Wenn ich, wenn ich dann, äh, 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 ähm, sobald ich im Dschungel bin, starte ich den Timer. Aber schon mal vorweg. Sobald ich ihn gefunden habe. Aber schon mal vorweg. Ja. Ich bezahle nur mit Eisen. Ich bezahle nicht, äh, äh, Gold kann ich auch noch ein bisschen was machen. Aber Diamanten auf gar keinen Fall. Ja, ja. Weil ich hab gar keine Diamanten privat. Gut, privat hat man generell sowieso nichts. Aber solange wie, äh, das Lager nicht komplett leer ist, kann ich ja privat noch was ansammeln. Gut, Eisen haben wir jetzt im Lager nicht gerade viel, aber... Ja, das stimmt. Ja, genau vier Stück. Aber ich kann noch ein bisschen was durchbrennen, wenn ihr das wollt. Das kann ich noch eben schnell machen. Nein, brauchen wir nicht. Warum? Oder, ja stimmt, mach mal. Ist nice. Muss irgendwann sowieso gemacht werden. Ähm. Noch ein bisschen gebratenes Hühnchen gemacht. Ja, was kann man hier sonst noch für Erz durchbrennen? Haben wir hier noch Redstone Erz oder so? Jo, da haben wir noch ein ganzes Deck von. Sonst haben wir noch Diamanterz. Das kann ich demnächst nochmal machen. Ne, das müssen wir aber auf Glück abbauen. Ja gut, ja gut, doch stimmt, ja. Ähm. Ja, dann kann ich noch Nethergolderz, kann ich gleich noch ein bisschen was von wegbrennen. Gut, dann ist das jetzt der Plan für heute noch und dann der Rest wird morgen erledigt. Was heißt, das ist jetzt... Ich hab schon die Idee, wie ich, äh, ich könnte auch einfach ganz viele Nether, äh, Endfestungen ausrauben. Äh, und bekomme dadurch dann einfach meine komplette Rüstung. Ja, aber, naja, dauert halt viel länger, denke ich, oder? Na, wenn du ein bisschen Lack hast, kannst du es einfach alles in einer was... In einer, ähm, in einem Dings finden. Haben wir schon ein Kind gemacht? Ja, nice. Leute, ich hab eine Idee. Und zwar... Machen wir es so, dass, ähm... Wir, ähm, müssten eigentlich uns jetzt um... Also, wir müssen uns eigentlich jetzt darum kümmern, dass wir halt... Die ganze... Also, wir müssen halt jetzt unbedingt, äh, einen nice Trade mit, äh, Sticks haben. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Dorbbewohner. Es dauert 20 Minuten. Okay. Deshalb wär ich einfach dafür, ich stell mich jetzt hin, zieh mich um und alles, Und vielleicht haben wir dann sogar noch einen Ultralack, Back und... Und... Und sind Dorbbewohner. Alles klar, ich mich mal essen. So, dann packe ich den Rest wieder hier rein. Jetzt haben wir genau 17... Eisen. Das ist doch schon mal besser. Kohle haben wir gar nichts mehr gleich. Ja, also... Wir müssen Kohle sammeln und halt Eisen. Ein bisschen. Jakob ist noch da. Okay, anscheinend nicht. Null. Sorry, ich war gemütet. Achso. Ja. Also, für morgen ist großer Plan Eisen und Kohle sammeln. Kohle haben wir jetzt gar nicht mehr, außer im Ofen noch einen halben Stack. Das wird also... Für mich morgen planen Villager. Ja. Und halt Villager und was weiß ich was, und Creeper Farmen fertigstellen. Also, für nächstes morgen Villager und Elytra. Ja. Ich will Mocken meine Früle entstattete Elytra nutzen. Ja, ich stehe jetzt einfach nur noch am Ofen rum und warte, bis das Kram fertig ist. Ist hier irgendwo noch Kohle drin. Und nein, in keinem einzigen Ofen ist noch Kohle drin. Und für morgen auch noch der Plan. Warte, woraus kriegt man nochmal... Ach, was braucht man nochmal... Also, für TNT braucht man Sand und was noch? Und Gantor. Was ist das? Schießpulver. Schießpulver. Ja, das kriegen wir dann ja aus Creeper Farmen. Ja. Gut. Dann muss ich morgen noch ein bisschen Sandfarmen gehen, damit wir demnächst nicht mehr in den normalen Main gehen müssen, sondern einfach sprengen können. Genau. Weil das ist viel Vorteil auf da. Und dann ist da nichts mehr mit... Ich mach schon mal richtig viel Papier für die, äh, Raketen. Mhm. Alter, ist die Farbe schlecht. Welche, die, äh, Zuckerer? Mhm. Ja, die ist jetzt nicht gerade gut. Uff, hat, hat's jetzt 15 Minuten für gebraucht. Ich meine, für 15 Minuten ist es jetzt nicht der Weltuntergang. Dafür kann man das machen, ne? Äh, Jakob weiß noch, um wie viel Urteil die, äh... ungefähr gepaart hat? Das erste Mal? Ungefähr vor 5 Minuten. 5 Minuten? Okay, also brauchen die jetzt noch 15 Minuten. Alles klar. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder... Ihr müsst es irgendwie so machen, dass ich meinen Computer anlasse, was aber schwer ist, ähm, nicht so machen, weil das halt, weil meine Eltern das halt merken. Äh, sonst halt einfach so, dass, ähm, ich, äh, halt, ähm, ausmachen muss und dann halt das einfach morgen mache. Ja, nein, das geht nicht. Warum? Das erlauben die mir nicht. Warum? Never! Ja, warum? Ja, darum! So, das war's dann. Dann lass ihn einfach an. Auch für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!